Was geht ab in den Kanarienbrunnen? Ich hätte schon mal überlegt, warum ich jetzt mal trainieren. Klar bin ich super und ich kann stark sein, will ich nur noch mal in meinem Sport sein. Ich bin in dieser Stadt nicht mehr. Schönes Wettel mit dem Tassesuper sind am Start. Beine heute noch. Ganz fast beide. Splitsquats. Den Kanarienbrunnen. Super soft. Mit den Legdurks mit dem Willard. Das war's. 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 Einbeiniger Scheiß, der absolute Legkiller. Coach Sincero, out. watthast.com. Untertitelung des ZDF, 2020